Musik Gute Hines, was weißt du über den Feuerbachkreis? Ähm... Aaaaaaah! Hines, wie heißen die beiden größten Flüsse der USA? Jemalser, wann begann der erste Weltkrieg? Ähm, also... Ja, der erste Weltkrieg ist jetzt was, entweder reden wir über Kosovo oder über Albania. Nein! Über Kosovo? Ja, okay, natürlich über den ersten Weltkrieg. Wir reden natürlich über Kosovo, wenn sie wollen. Natürlich sind wir zur ersten Weltkrieg. Okay, davor, also würde ich sagen, schminken wir den Tisch. Ümmel, was bedeutet Engelsglaube? Der Engelsglaube per se ist bereits ein quasi explizites Symptom der Kadenz degenerierter Massenentscheidung. Zwar war das herabbrechen bewusstseinsbasierter Wirklichkeitsspekulationen auf kontrastmanöblierte Plan-Ebene, wo man soziale Welterklärungsformitäten von Anfang an essenzieller gestandelt und macht verleugnende Überlebensverletzer. Aber die verkleidende Verniebligung romantisierter Jetschzeitsspekulationen ad nasium ist dann doch ein typisches Instrumentarium des Kontinuierungsbehelfs populärer satorischen Herdentrips. Jenny, was ist deine Frage? Ja, und genau, wir wollen dann jetzt ein Eis essen und... Vicky, wie funktioniert die DNA-Replikation? Und? Na... Ja, genau, wir wollen die DNA-Replikationen. Klar, nun ja. Auf jeden Fall. Und dann mag der Eis essen. Verena, erkläre dir den Doppel-Effekt. Super, das klappt man. Janine, welche Atem von Relox-Reaktionen gibt es? Hm... Ich glaube, da brauche ich Hilfe. Kerstin, was weißt du über das Nebelung, Henrik? Den hat mich nicht mehr aber病, schYes. Ich bin toll auf die Tür. Stefan, was das hier wissen? Ich Es war eine schöne Zeit. Mit allem. Picks meinen Kopf nicht. Picks meinen Kopf nicht. Picks meinen Kopf nicht.